Mein Krieger, nun bist du 18 Jahre alt. Ich habe einen Auftrag für dich. Nun machte sich der Ritter auf den Weg zum Hexenhaus. Ich werde dich töten, du böse Hexer. Das sagt dir Noah wegen meinem Glauben. Oh, Entschuldigung. Der Ritter ging wieder zu Boa. Ich habe keine Lust mehr. Ich arbeite nicht mehr für dich. Dann geh! Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr.